Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Gunsmith. Und zuerst, bevor wir hier hinten... Was ist denn das? Bevor ich die Maschine einschalte, ich habe sie leicht umgebaut, müssten wir mal wieder Dinge verkaufen hier. So, schön Geld einnehmen. Boah, ist das schön, wenn man einfach... Äh, ich nehme ja die Order an, sorry. Hier, da, ist das schön, wenn man hier einfach klicken kann und Geld verdient. So, das war es aber schon. Ne, hier, da. So, ist das Lager wieder ein bisschen geleerter. Hier gibt es noch Handschuhe, for free. Ah, wir produzieren keine Handschuhe mehr. Ich kann hier Restock-Items machen. Die Handschuhproduktion ist somit abgeschlossen. Wir haben aktuell noch... 4.500 Handschuhe. Ist ja kaum was. Das ist ja fast nichts. So, liegt aber auch nichts mehr rum. Sehr gut. Und ich habe ein bisschen rumgebastelt. Ich habe aber gemerkt, das Problem war, dass ich diese Shaker nicht in der Gruppe hinzugefügt hatte. Das war das Problem. Die waren gar nicht eingeschaltet. Und deshalb habe ich schnell eine neue gemacht mit Produktion. Mit diesen Dingen hier. Weil ich mir immer noch unsicher bin, ob wir das dann nicht extern produzieren. Aus diesem Grund. So. Die schalten wir auch ein. Da sind jetzt 13 von 14 angehängt mit den Shaker. Und jetzt schauen wir. Und da kann ich auch C drücken. Und dann sehen wir, Shaked hat den Tag Shaked. So. Geht es hier rein. Wird hier hoffentlich richtig verarbeitet. Und da bin ich noch sehr gespannt, ob das funktioniert hier. Geht. Geht nicht. Funktioniert nicht. Okay. Gruppe Ende. Geht nicht. Die andere Gruppe funktioniert problemlos. Die können wir auch mal laufen lassen. Ah. So. Hier sind ja nur 89 drin. Aktuell. Okay. Die liegen da irgendwo auf dem Boden. Also so geht es nicht. So rauf machen geht. So nicht. Ja. Dann müssen wir wohl oder übel die ganze Sache ein bisschen verschieben hier. Also Produktion. Off. Dass es nicht einen Schnellschalter gibt und das Ganze auszustellen ist fast ein bisschen schade. Das ist schon eine Friebelei da ständig. Also ich habe mir gedacht, ich habe hier die perfekte Lösung gefunden. Anscheinend nicht. Dass man das auch noch einigermassen gut aussehen lassen kann. Denn wenn das höher ist, dann muss man das wirklich eigentlich so anschliessen. Und nicht so einfach, dass ich es rüber packe. Das ist dann schon nicht so schön, wenn ich das machen muss. So, all diese Bänder hier. Sollten halt noch solche in halb geben. Aber dann stimmt die Höhe nicht. Stimmt, geht nicht. Ist nicht möglich. Wenn ich jetzt da rüber gehe. Den da hin mache. Und die Bänder mal wegnehme. Hier. Äh, der Input war da. So zum Beispiel. Da rein. Da raus. Wir wissen ja immer noch nicht, ob es geht. Wenn ich das dann so mache. Dann landet ja beides schon auf dem selben Band. Vielleicht geht das ja auch. Und dann haben wir so gesehen. So kann ich da kein Band setzen. Geht da nicht. Okay, sollten wir noch ein bisschen rutschen. Also da hinten müsste dann ein halber hin. Den ich wieder falsch habe. So. Dann den da hin. Den. Und jetzt fehlt hier ein halber. Ist aber ganz einfach gemacht. Wenn man das so macht. Also es wird ja auch so funktionieren wahrscheinlich. So. Und auf diese Art und Weise. Müsste das Ganze auch funktionieren. Ich bin gespannt. Also. Schalten wir die Gruppe wieder ein. Ist jetzt doch ein bisschen schwerer. Gut die. Die lasse ich gleich mal aus. Denn wenn es wieder irgendwo nicht funktioniert. Brauche ich ja das nicht zu produzieren. So. Da wird jetzt geschüttelt. Ihr seht, der schüttelt. Dann geht es hier rein. Wird dann erhitzt. Ich kann auch C einmachen. Der ist jetzt. Der ist jetzt hardened. Und dann geht es hier rein. Kommt raus. Hat funktioniert glaube ich. Wird auf magische Art und Weise hier rüber genommen. Geht dann hier rein. Der produziert zwei Sekunden. Und dann kommt hier das raus. Aha. Jetzt bin ich gespannt was diese Maschine hier macht. Die verpackt das Ganze. Ja. Ah die ist nicht eingestellt. Sehr schön. So. Und so langsam kann ich die hier auch einschalten. Das sieht gut aus. So. Jawohl da. Die braucht zwei Sekunden. Dann kommt es da raus. Dann die. Verpackt das Ganze anscheinend irgendwie. Können wir jetzt leider nicht sehen. Ah doch hier vielleicht. Durchpacken. Das ist die Lösung. Ah. Dann wird so in die Schachteln gepackt. Okay. Okay. Also. Ah sind so Schachteln. Und dann wird hier wieder gesammelt am Ende. Und das Ganze. In 20er Boxen. Abgefüllt. Nehme ich an. Da ist die 7. 22 LR. Und das produzieren wir jetzt hier. Und ihr seht auch hier. Da die sowieso nicht so schnell kommen. Staut sich da eh nichts. Das ist ein bisschen schade hier. Das könnte man noch optimieren. Wenn ich jetzt die mal schnell ausstelle. Den auch. Das ist ja doch gut. Habe ich da einen guten Abstand gewählt. Wenn ich glaube ich jetzt hier so ein Band hin mache. Ah. Das geht natürlich hier auch wieder nicht. Aber so vielleicht. So. Und so. Hier hin so. Und hier hin so. Äh. Da nützt der Space nichts. So. Wieder einschalten. Ne. Wir wollten das ja da verhindern. Das war jetzt voll die Lösung. Die nichts gebracht hatte. Das bringt ja nichts. Wenn man einfach so eines verbaut. Aber ich kann jetzt zum Beispiel den austauschen. Und dann noch so eine. Bauen. Das müsste gehen. Und die wollte ich eben schauen. Dass wir die. Einmal da rum nehmen. Da dann auch so einer hin. Hier noch so einer um die Kurve. So. So müsste das laufen. So wenn schon. Gut. Einen kleinen Test. Also. Es hätte ja funktioniert. So ist es ja nicht. Aber. So seht ihr. Sieht schon. Besser aus. Blöd ist nur. Dass die jetzt miteinander kommen. Aber. Ich denke da gibt es keine Fehler sonst. Aber ihr seht was ich meine. Es wird hochgeschleudert. Runter gebracht. Und dann hier wieder runter. Geschmissen. Besser als wenn sich da alles dreht. So. Und dann geht es hier hinten rum. Und da kommt das fertige schon raus. Und jetzt wollen wir doch mal sehen. Ob wir da schon. Genügend Kugeln haben. Für unseren ersten Kunden. Wir haben schon 20 von 40. Der bezahlt 16.000. Müsste man natürlich den Wert der Westen abziehen. 280 Westen. Bringen 15.000. Und er möchte. 260 Westen. Ja da verdienen wir voll wenig daran. Ja gut. 40 Schuss ist jetzt auch nicht so viel. Sag ich mal. Und da ist schon der nächste Auftrag. Der Kugeln möchte. Und jetzt kommen da immer mehr. Hinterher. Die auch Kugeln möchten. Müssten wir natürlich schauen. Und Handschuhe. Wollen die schon gar nicht mehr. Oder fast nicht mehr. Da. 1000 Handschuhe. Das ist ein super Auftrag. Da müssen wir schauen. Dass wir den liefern können. Dann haben wir nämlich wieder gut. Lagerbestand bei uns. Dann läuft das Ganze wieder sehr gut. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Hier. Also. 220 Westen. Und dann haben wir diesen Auftrag. Und dann sind hier 50 Kartons weg. Aus dem Lager. Ich denke dann sieht es schon wieder sehr gut aus. Und für das haben wir ja die Handschuhe produziert. Um dann in grosser Masse abzustoßen. Bringt immerhin 20.000. So. Ich muss schauen. Dass ich genug Bestand habe. Hier von den Sheets. So. Kauf ich mal 4000. Wir haben noch 62.000. 266 haben wir da. Es reicht eben weit. Weil ich habe gesehen. Hier hinten. Aus einer Brassrolle macht er wieder. Alter macht er 75. Der macht 75 Sheets. Ja. Dann ist schon klar sind sie so teuer. Dann ist schon klar kosten die 250. Denn aus diesen 75. Ja. Produziert er dann ein Sheet hier drüben. Also. Ja. Ist wirklich. Dann geht es noch mit dem Preis. Ich hätte gedacht die sind jetzt sau teuer. Oder so. Aber ne. Dann geht es ja. Dann ist es ja kein Ding. Gut. So weit. So gut. Also. Das haben wir schon mal in der letzten Folge mehr oder weniger geschafft. Diese Folge hat jetzt das Ganze noch ergänzt. Jetzt ist die Frage. Den da müssten wir erst mal umbauen. 14.000 habe ich noch von diesen Plastikteilen. Komm. Also. Ich glaube wir spielen ja eher auf leicht. Diese paar. Diese paar Dollar die wir da verlieren. Ja. Kommt nicht ganz drauf an. So. Den mache ich auch noch weg. Die Bänder hätte ich behalten können. Das wäre gegangen. Äh. Bevor wir jetzt eine weitere Maschine da hinten umsetzen. Können wir hier nochmals eine Linie bauen. In der Mitte. Und vielleicht können wir das dann zusammenhängen. Denn es ist vielleicht sehr ähnlich gemacht. Und das wäre dann. Die 50 AE Bullets. Dann schauen wir doch mal was die so braucht. Die da. Und ihr seht tatsächlich es ist immer das gleiche hier. Man könnte das auch auslagern. Also das. Schauen wir noch. Dass wir da einfach einen Dispenser hin machen. Und diese Produktion auslagern. Und für alle produzieren. Wir haben zwar nicht viel über. Also. Die ist eher. Die ist eher gleichmässig. Die geht auch eher lange. Also. Vielleicht bauen wir die auch nochmals auf. Das Ding ist natürlich nur. Dass diese. Da hinten. Verbraucht die. Die braucht 15 Sekunden. Die sie produziert. Aber die verbraucht immer noch. Oder? Ja. Dann stellen wir doch die mal aus. Denn wir haben ja jetzt hier die Chance. Schon auf 2900. Es ist einfach nicht gebalanced. Das ist das ganz einfache Problem. Das könnte man vielleicht eher aus. Ausmachen. Aber wir sehen hier. Es ist nicht gleich. Hier haben wir den Bullet Puncher 1. Der ist da. Und da. Für diese Bullet braucht es noch Hitze. Also. Das wird schwer mit dem Auslagern. So. Wir können sogar da draußen schon mal beginnen. Wie doof ist das denn? Da war ich ja noch nie. Da kann man auch nicht rein. Aber Maschinen kann man setzen. Okay. Alles klar. Ich würde auf diese Linie gehen hier. Ach komm. In der Tür ist schlecht. Also. So. Da. Die Leute können ja hier reinlaufen. Das ist kein Problem. Gut. Dann braucht es Hitze. Da ist die Frage. Ist der Schlitz auf der Höhe? Ja. Das geht. Und dann kommt diese fette Maschine da. Die ist da abgeflacht. Also die sollte mit der Höhe auch passen. So. Aber braucht es wieder Hitze. Ich kontrolliere jetzt alles nach schnell. Dass es hoffentlich danach in einem Rutsch funktioniert. Und. Dann machen wir da einen Conveyor hin. Der hoch geht. Das habe ich jetzt gelernt. So. Dann kommt da unser. Ah. Da geht es nicht. Weil der Shaker muss wahrscheinlich ein bisschen hin und her bewegen. Ist aber sowieso gut ein bisschen vom Zaun weg zu kommen. So. Das müsste ja so funktionieren. Das geht da. Ne. Das haben wir da nirgends im Einsatz. Das kennen wir da nicht so. Dann lieber so. Einmal schön um die Ecke. Und dann hier hin. Weil. Der hat den Platz brauchen wir da auf jeden Fall. Glaube ich. So. Und dann kommt hier den Bullet Extractor hin. Der kann wieder auf die gleiche Höhe. Dann müssen wir das Ganze härten. Und zwar brauchen wir das Heat Level 2 sogar. Wie sieht denn das hier aus? Gibt der Heat Level. Der gibt Heat Level Minus 1. Aha. Also seht ihr hier. Wir brauchen. Zweimal die Maschine. Okay. So. Dann haben wir Heat Level 2. Das habe ich ja schon kapiert. Wie das so funktioniert. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder auf 0 abkühlen. Das heißt wir brauchen auch zwei Kühler. Weil ja einer Minus 1 Hitze gibt. Und damit man wieder auf 0 kommt. Braucht man zwei Kühler. Gut. Dann ein Conveyor in die Höhe. Mit einem Shaker. Das macht natürlich die ganze Produktionslinie ein bisschen länger. Obwohl man den Platz hier auch noch ausnutzen könnte. Aber hier könnten wir zum Beispiel diese Maschine hinstellen. in diese Reihe. So. Shaker. Und dann kommt diese Maschine. Da muss ich wieder schauen. Ah. War schon fast richtig. So. Und da braucht es wieder Hitze 2. Und Abkühlung 0. Und dann wird es erst zusammen gemacht. Also würde ich sagen wir bauen hier sowas ein. Dann hier so. Also wir sparen schon recht Platz. Aber man könnte noch mehr sparen. Sehe ich so. Gut. Und danach kommen nochmals ein paar Schritte. Also dass wir es mit dieser Maschine hier zusammen machen können. Wird schwer. Da können wir aber zum Beispiel den so umbauen. So. Und deren Auftrag. Können wir den jetzt abschließen eigentlich. Ja. Wir haben schon 180 Kugeln. Aber wir haben die Westen nicht. Toll. Und die Westen haben wir gesagt brauchen wir hier. Für den Großauftrag. Ja. Dann lassen wir noch ein bisschen Zeit da. Okay. Es braucht mir schon fast wieder zu viel Platz. Aber wir könnten ja hier die zweite Produktion rein machen. Die passt da vielleicht noch rein. Gut. Also Hitze, Hitze, Kühlung. Und dann kommt die Maschine. Ja. Dann starten wir doch da drüben gleich. Wir können auch hinten starten. Also hier. Der da ist der letzte Schritt. Zweitletzten Schritt. Und dann die beiden die zusammenkommen. Da kann man sogar zwei breit reingehen. Aha. Aha. Ja. Aber man kann nicht. Zwei breit dispensen. Das war das Problem. Glaube ich. Genau. Wie einfach habe ich das da hinten gelöst. So. Und. Äh. Irgendwie staunen die da ein bisschen. Das ist immer so. Weil die da aufeinandertreffen. Ist nicht optimal. Ne. Das macht man besser anders. So wie ich das hier gebaut habe. Nämlich. So. Es kommt ja hier in der Mitte raus. Und zwar. Wenn wir jetzt. Von hier drüben. Rauf gehen. So. Boah. Spiegelt das hier. So. Und dann. Von mir aus. Mal ein langes Band rein machen. So. Und jetzt halt. Schauen. Dass wir die Maschinen. Noch hier hinkriegen. So. Das war jetzt. Chemical Dispense. Ah. Das sind ja dieselben. Stimmt. So. Und so. Kommt das hier raus. Oder wird es. Bei. Gleichmäßig. Da drauf gemacht. Ist glaube ich besser. So. Jetzt haben wir. Das da reingekriegt. Sehr gut. Und jetzt können wir hier. Das könnten wir ja. Vielleicht noch an der gleichen Linie. Wie das andere anhängen. Und jetzt können wir hier. Schauen. Wo wir bleiben. Also die Rucksack. Fabrik. Kommt eh weg. Schauen wir mal. Ob wir da mit den Bändern hinkommen. Der würde so passen. Und dann hier in so ein langes Rhein. Ah. Da liegt noch ein kleines Teil am Boden. So. Das heißt der da so. Und den da. Hängen wir noch einen kleinen an. So. Gut. Kommt es da rein. Und da drüben sogar raus. Äh. Wie habe ich den da drüben gebaut? Ebenfalls so. Und dann mit Band. Wieder hier so rum. Drumherum. Die Sache ist die. Also jetzt kommt es in den Weg. Ich denke. Wir werden in der nächsten Folge hier. Die ganze Rucksackfabrik verschieben. Was ich schon mal kann. Wir können schon mal noch einstellen. Was da wie kommt. Also hier wäre der Brass Sheets. Dann stellen wir für die. 50 AE. Hier. Das ist da. Hier ist ganz klar. Schüttler ist klar. Dann hier. Das ist die letzte auf der Liste. 50 AE. Braucht Hitze 1. Und Schüttler. Das haben wir hier. Vorhanden. Dann kommt das hier weiter. Braucht. Hardener 2. Haben wir hier. Und Schüttler. Ist auch da. So. Und das da braucht. Der Hardener 2. Haben wir auch. Und sogar 2 Gun Cottons. Und dann kommt bei einem. Kommt Zelluose. Und bei anderem kommt Nitritsch. Oder so. Dann machen wir das da. Und das da. Da haben wir ja nur etwas. So. Und die kommen dann da rein. Ich hoffe die Menge. Die der produziert. Reicht aus. Denn wir sehen. Das sinkt langsam runter. Also der mag eigentlich nicht mal für einmal produzieren. Das müssen wir im Auge behalten. Gut. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Also. Sieht schon recht dicht gebaut aus hier. Kann man glaube ich zufrieden sein. Können die Leute da noch durch? Oder eher nicht. Das ist so die Frage. Möchte der Pause machen. Oder wie? Roaming. Was heisst denn Roaming? Der schaut mit 23 Energie. Ich schon zum Resten. Ja. Ich glaube wir müssen da irgendwo noch einen Platz schaffen. Ist nicht optimal. Oder. Oh. Roaming. Heisst das. Er sucht einen Raum. Ach so. Vielleicht. Ich setze ihm die Couch hier hin. Dann geht's. Ne. Ich überlege mir was. Danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.